Uns ist schon Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Herr Landeshauptmann, wie sieht die aktuelle Lage derzeit aus? Wir haben derzeit 917 infizierte Personen, 866 davon sind auffällig in Salzburg, 42 sind bereits genesen, also das nimmt jetzt doch signifikant zu. Leider sind 9 Personen verstorben. In der Intensivstation sind ebenfalls 9 Personen und 63 Personen sind im Krankenhaus in Behandlung. Die Entwicklung ist nicht mehr so aggressiv, wie sie schon gewesen ist, sie ist aber immer noch zu hoch. Sie ist sehr hoch, sagen Sie. Gibt es schon eine Entscheidung für die Quarantänegemeinden? Ja, wir haben jetzt in intensiven Gesprächen eine Entscheidung getroffen. Sie müssen ja sehen, dass man nicht nur nach der absoluten Anzahl an positiv Infizierten vorgehen kann, sondern diese Anzahl auch ins Verhältnis setzen muss zur Einwohnerzahl der betreffenden Gemeinde, ins Verhältnis setzen muss zur Anzahl der Testungen, die durchgeführt wurden. Dort wieder wie viele positive, wie viele negative, welche Dynamik war in den letzten Tagen. Das hat jetzt einigermaßen gedauert. Wir haben hier auch das Netz und den Kontakt mit der Landestatistik hergestellt. Und wir verfügen jetzt über ein Datenwerk, das, glaube ich, österreichweit einmalig ist in dieser Komplexität. Und danach ergibt sich, dass Flachau in Quarantäne bleibt. Und nicht nur das, die Quarantäne in Flachau wird intensiviert. Dort wird es keinen Berufsverkehr mehr geben können. Ausgenommen sind natürlich die wesentlichen Versorgungsfahrten für Lebensmittel, Treibstoffe, Heizmaterial, Medikamente etc. Da bitte ich um Verständnis. Aber in Flachau ist einfach die Zunahme auch in den letzten Tagen sehr dynamisch geworden. Das Gasteinertal und das Großalltal bleibt unter den bisherigen Beschränkungen. Neu hinzu kommt die Gemeinde Altenmarkt. Und neu hinzu kommen auch zwei Pinzgauer Gemeinden, nämlich die Stadtgemeinde Zell am See und Saalbach. In all diesen Gemeinden haben wir in den letzten acht Tagen eine relativ dynamische, sage ich noch einmal, Zunahme an Erkrankungen gehabt. Und die wollen wir unbedingt eindämmen. Ganz wichtig an dieser Stelle für die Bürgerinnen und Bürger ist die Versorgung sichergestellt, auch die medizinische Versorgung. Die ist absolut sichergestellt. Also da braucht sich niemand Sorge machen. Mit Ausnahme von Flachau dürfen Personen aus diesen Gemeinden auch dann ihrer Berufsausübung auswärts der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde nachgehen. Wenn es dort um Schlüsselunternehmen geht, nur ein Flachau bitte ich um Verständnis. Da müssen wir wirklich jetzt sehr intensiv die Quarantäne durchziehen.